Hallo liebe Deutschler in der ganzen Welt! Heute lernen wir die Möbel mit Herrn Adel-Agemi über Deutschleger und vor Ortbilder aus Ägypten. Eherla und Sahle mit Ihnen, meine Damen und Herren von allen anderen Ländern. Wir werden heute mit dem Auslangen-Agemi mit dem Auslangen-Agemi mit dem Auslangen-Agemi, das Regal, die Regale, das Schuhregal, der Stuhl, der Stuhl, die Stühle, die Stühle, der Zessel, der Zessel, die Zessel, die Zessel, der Hoka, der Schemel, der Schemel, der Tisch, der Tisch, die Tische, die Tische, der Küchentisch, der Küchentisch, der Küchentisch, der Küchenschrank, der Schreibtisch, der Schreibtisch, der Schreibtisch, der Schvtisch, die Komode, die Komode, die Komode, das Buffet, die Schublade, die Schublade, die Schubladen, die Schubladen, die Schubladen, der Schrank, die Schränke, der Kleiderschrank, der Kleiderschrank, das Bett, die Betten, der Nachttisch, das Sofa, die Couch, die Sofas, die Couchs, die Schlafcouch, die Schlafcouch, die Schlafcouch, die Liege, die Liege, die Liegen, die Liegen, das Babybett, das Babybett, das Babybett Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!